Puh, lass mal einfach mal so stehen. Jan van der Velden-Volkmann ist Architekt und einer dieser Köpfe hinter dem 3D-Gebäude in Heidelberg. Das klingt jetzt so, Sie denken sich was aus, drücken auf den Knopf, dann läuft das raus. Ganz so einfach ist es aber nicht. Nein, tatsächlich nicht. Wir sind als Architekten ein anderes Arbeiten gewohnt, muss man schon sagen. Deswegen auch immer ganz wichtig, wir werden häufig gefragt, was ist denn anders an 3D-Bauen? Wir haben jetzt dieses Gebäude gemacht und festgestellt, man braucht sehr früh eigentlich fast das komplette Team bis nachher zum Bauen. Wir haben eine Arbeitsgemeinschaft mit einem Ingenieurbüro aus Beckum, Mensekorte, die auch schon im Engineering einen gewissen Wissensvorteil haben oder Vorsprung haben. Dann haben wir aber auch gleichzeitig die Druckfirma, die eigentlich mehr oder weniger uns auch schon sagen muss, wo sind denn Limits rein, dann nachher im Druckprozess. Und man merkt, man muss eigentlich sehr früh sehr viel wissen. Wo sind denn diese Limits? Also ich kann mir jetzt vorstellen, 3D-Druck, naja, ich kenne das von zu Hause, von diesem kleinen Teil, da ist irgendwie alles möglich, beim Gebäude sicherlich noch nicht. Nee, das liegt natürlich daran, dass wir in einer sehr frühen Phase sind. Im Beitrag wurde es ja eben gesagt, dass da noch viel Versuchsstadium ist. Und für ganz viele Dinge gibt es noch gar keine normativen Verfahren, wo man sich dran anlehnen könnte. Also gerade in den statischen Nachweisen ist alles eine Zulassung im Einzelfall, also ein Sonderbau. Und das bedeutet, dass man im Grunde genommen gleichzeitig forscht und plant. Und da sind natürlich Limits, weil der Drucker sagt einem dann, bisher können wir so. Und der Statiker sagt, bisher können wir vielleicht so. Wir müssen es aber auch noch rechnen. Da sind dann schon Limits gesetzt. Aber der Ehrgeiz ist natürlich, da weiterzukommen. Und deswegen auch diese tolle Chance, so ein Experiment mitzumachen. Ehrgeiz vielleicht auch in Sachen Umweltschutzbenchmarken zu setzen. Ist das schwierig oder vielleicht auch leichter? Also geben sich dadurch neue Chancen? Ja, in jedem Fall. Also letztendlich ist natürlich die Zielrichtung, auch bei den statischen Nachweisverfahren, sehr stark auf Materialersparnis zu gehen. Das ist sicherlich möglich durch eine dreidimensionale Statik, aber auch in der Materialforschung. In dem Fall haben wir jetzt ja noch mit Heidelberg Materials auch sehr viel Beton- bzw. Zementtechnologie. Ist ja da angesprochen worden, andere Materialien denkbar. Aber der Beton und Zement wird schon noch eine lange Zeit für uns ein wichtiges Material sein. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass so Firmen wie Heidelberg Materials da forschen. Einfach CO2-ärmer zu werden, aber auch monolithischer, sodass man das spätere Recyceln auch machen kann. Also dass man da auch wieder Sorten frei trennen kann, Sorten rein trennen kann. Jetzt ist es das größte 3D-Gebäude Europas. Wo sind denn nach oben momentan Grenzen? Nein, auch eigentlich ähnlich, wie ich es eben beschrieben habe. Letztlich in den Nachweisen. Wir haben das jetzt als ein Bürogebäude bzw. ein Funktionsgebäude geplant mit monolithischer Bauweise und eben vor allem in der Länge groß. In der Höhe sind wir jetzt bis auf 10 Meter. Da ist natürlich irgendwann ein Limit beim Drucker. Aber deswegen sehe ich auch die Chancen bzw. die eher kurzfristigen Entwicklungspotenziale vielleicht sogar fast mehr im Fertigteilbau. Also wo man einfach aus speziell geformten Teilen, die der Drucker völlig selbstverständlich individuell drucken kann, gegenüber jeder anderen Schalungsmethode und als Einzelstück vor allem. Also wie die Holzständerbauweise momentan, wo man Elemente zueinander setzt, das dann aus dem 3D-Druck? Genau. Und im Fertigteilbau hat man normalerweise den Vorteil dann, wenn man große Serien schalen kann. Das braucht der Drucker nicht. Dem ist es eigentlich ziemlich egal, ob der eine Kurve druckt oder gerade oder krumm. Und er macht auch jedes Teil so, wie man möchte. Und darin steckt sicherlich ein Riesenpotenzial. Und da ahnen wir im Moment erst, wo es hingeht. Da sind wir sehr gespannt und freuen uns auf viele interessante neue Gebäudeformen. Herr van der Velden-Volkmann, danke Ihnen fürs Kommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.